Zeit für Veränderung. Das ist unser Motto. Ich bin Julia Schwarz, bin 38 Jahre alt und möchte mich als Bürgermeisterkandidatin für die Ortsgemeinde Binsfeld vorstellen. Ich bin hier aufgewachsen, habe zwei Kinder, wohne und arbeite im Neubaugebiet. Binsfeld sehe ich als Zukunftsort mit viel Potenzial. Anerkennung, Bürgernähe, ihre Meinung ist mir wichtig. Das Miteinander liegt mir am Herzen. Nur zusammen sind wir stark. Deine Stimme ist eine Stimme. Wir können, wir wollen, wir werden. Wählt uns am 26. Mai, eure Wählergruppe Vollmann. Welche Ideen haben Sie für unser starkes Binsfeld? Haben Sie noch Fragen an uns, an mich? Schreiben Sie unten in die Kommentare. Untertitelung des ZDF, 2020